Ja, ich bin Hannes, Hannes Thums, vom Helene-Lange-Gnasium sind wir alle. Genau, ich bin Tom Hinz. Ja, und ich bin Felix Gepler. Wir haben letztes Jahr schon die Möglichkeit gehabt, hier mitzuwirken und es war wirklich eine tolle Erfahrung. Es ist etwas, was uns helfen wird. Es ist auch etwas, was die Gemeinschaft stärkt, wo man sich Ideen überlegen kann für alles und jedes Denkliche. Es sind Themen, die einerseits die Ökonomie, aber auch Ökologie treffen. Es geht um ethische Themen, es ist also wirklich ein weites Feld und es ist einfach nur eine wunderbare Möglichkeit. Man sollte sie nutzen. Wir haben uns gerade schon einmal kurz darüber unterhalten. Es sind viele Themen dabei, die viele von uns interessieren, weil es eben so breit ist und die Themen auch so viel mit einbeziehen. Wir haben gerade eben zum Beispiel über Landgrabbing lebhaft diskutiert. Das hat einen ökonomischen Teil, einen ökologischen Teil, einen ethischen Teil, einen gesellschaftlichen Teil. Es bezieht alles mit ein. Fast alle Themen sind interessant für uns. Es ist einfach eine schöne Bandbreite, wo man sich eigentlich fast jedes Thema ausruhen kann. Wir sind durchaus zufrieden mit unserem Ergebnis von letztem Jahr. Aber wir hoffen doch, dass wir dieses Jahr noch einiges mehr erreichen können und auch in der Medienarbeit pulen können. Das Ziel ist ja immer der erste Platz. Mal nach oben schauen, mal nach vorne in die Zukunft. Mal nach oben schauen, mal nach oben. . Untertitelung des ZDF, 2020